Wir haben mit euch was ganz, ganz Fettes vor. Eine Woche lang Party in den besten Clubs Kroatiens, wir wohnen in einer dicken Villa mit schönem Pool, das wird das Beach Bytes in Beats Festival in Kroatien vom 16. Juni bis zum 23. Juni 2018. Und wer da jetzt richtig Bock drauf hat, eine Woche Party an den besten Stränden in Kroatien mit euren Freundinnen und mir. en Kroatien Cheers! Vielen Dank.